Dann freue ich mich sehr herzlich, Frau Vera gegen Wutzlaff zu begrüßen, die Chefin der Berliner Stadtreinigung. Alle hier in Berlin kennen das, diese wunderbare Werbung mit dem Orange, jetzt erst den grünsten Orange, diese wunderbaren Müllmänner, die eigentlich schon offensichtlich Freude an ihrer Arbeit haben, zumindest aus den Plakaten. Also scheinbar vielleicht doch ein Unternehmen, bei dem man ganz gerne arbeitet. Frau Vera gegen Wutzlaff sagt von sich, sie sei nie irgendwo weggegangen, sondern immer irgendwo hingegangen. In dem Fall bleibt jetzt in Berlin letztendlich zur Stadtreinigung ein gewundener Weg, denn sie sind eigentlich Juristin, Richterin am Berliner Verwaltungsgericht und hat über die Themen Bau und Umweltrecht, Bau und Umweltkammer in die Abfallwirtschaft gefunden, war Richterin am Berliner Verwaltungsgericht Frankfurt-Roder, im Umweltministerium Sachsen-Anhalt und hat 2003 dann als Vorschachsmitglied bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben angefallen. Sie wissen alle, das ist ein Unternehmen des Landes Berlin. Seit 2007 Chefin des Ganzen, 5300 Mitarbeiter, viele der Orange-Müllmänner, die Sie alle so sehen im Stadtbild. Inzwischen nicht mehr die einzige von der Spitze für den großen öffentlichen Unternehmen. Sie haben vor kurzem eine Kollegin der Berliner Verkehrsbetriebe dazubekommen, Frau Gegenwutzlaff, an Ihrem Unternehmen. Was heißt Sie, sich mit den Themen Ethik und Innovation zu beschäftigen? Ja, es war natürlich ein Unternehmen, das den Berlinerinnen und Berliner gehört und uns beschäftigen, was wir alle bequerten und nicht mehr brauchen. Früher war es so, dass die Ketigkeit sich darin dann auch erschöpfte und unser Müll, unser Abfall irgendwo landete, wo wir der Nachwelt Riesenprobleme machen, als großes Umweltproblem. Wir machen das jetzt ganz anders und das, denke ich, ist innovativ und reicht auch, noch mehr dazu machen. Wir überlegen uns, was machen wir mit dem, was wir in unserer Gesellschaft im Moment nicht brauchen. Und wie können wir dafür sorgen, dass es einen ordentlichen Sinn erfüllt und nicht zu einem Umweltproblem für unsere Kinder und Enkelkinder wird. Und da freuen wir uns, dass wir mit 98 Prozent von allem, was so weggeworfen wird, inzwischen einen ordentlichen Nutzen sehen können. 98 Prozent von allem, was weggeworfen wird, das heißt, das landet dann nicht in der Dekonie, sondern wird in irgendeiner Form wieder und noch bewertet? Ja, also unvorbehandelt werden gar nichts mehr auf Dekonien, auf Dekonien dann nur noch Stoffe, die dort gebracht werden, um diese Dekonien auch abzusanieren. Aber der Abfall wird auf verschiedenste Weise verwertet. Also einmal klassisch würde man denken, dass da nichts Neues in einem Heizkraftwerk, aber natürlich geht da nichts mehr in die Luft, sondern es wird alles energetisch verwertet, also es wird Wärme erzeugt von Strom. In anderen Fällen wird Primärenergie substituiert, indem aus dem Abfallwellen gemacht werden, die dann statt Kohle in die Werke eingebracht werden können. Aber wir gehen noch viel weiter, also gerade mit dem Bioabfall, da bauen wir jetzt eine Biogasanlage und da sind wir besonders stolz, weil dann aus dem Bio-Müll, also unseren Essensresten, wird Gas und mit diesem Gas betanken wir dann wieder die großen Müllsammelfahrzeuge, sodass wir da nicht nur CO2-Einsparungen, sondern auch die Feinstaubbelastung wird vermindert. Und es ist natürlich wirtschaftlich, aber nicht mehr an den Treibstoffpreisen, die ja aufgrund der globalen Entwicklung sehr unterschiedlich sind, dass wir davon nicht mehr abhängig sind. Sehr interessant, wenn Sie das nächste Mal einen arangenen Müllwagen sehen, denken Sie daran, der wird befeuert aus Ihren Essensresten, die Sie vor zwei Wochen, drei Wochen in die Mülltonne geschnitten haben, wochen in die Bio-Mülltonne. Frau Gerdes, darf mich persönlich interessieren, noch mal diese Wärme-Kampagne, die Sie gemacht haben. Ich finde die sehr innovativ, ich fand sie schon immer gut, sozusagen Müllmänner oder Entsorgungsarbeit, auch das heißt nicht, wo wir es so nennt bei Ihnen. Darf man noch mehr Männer sagen? Darf man noch sagen? Da sind die stolz worden. Genau. Ins Zentrum zu rücken, praktisch was, was täglich passiert, was wir immer sehen, was wir auch nicht richtig wertschätzen, und wo wir auch nicht viel Beachtung drauf legen. Wie kam es zu dieser Kampagne und was hat es ausgelöst bei Ihren Mitarbeitern? Sind die stolz, als Models zu dienen und sozusagen, dass sich jemand mit Ihnen beschäftigt? Also es hat beide Seiten. Nach außen hat es ausgelöst, was Sie schon angesprochen haben, dass jeder vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenkt, auch Verhaltensänderungen sollen dann mit ein bisschen Humor veranlasst werden. Also wenn Sie an die Herde und ähnliche Sachen denken, man sei ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern humorvoll sein, guck mal, da sind Leute, die sind stolz auf Arbeit, auf Ihre Arbeit, und die machen den Dreck weg, haben aber gute Laune, aber kümmern euch rum. Nach innen hat es auch eine wunderbare Wirkung gehabt, denn unsere Mitarbeiter, die sind halt, selbst Männer bei dem Müllabfuhr, bei der Reindruck haben wir jetzt auch schon Frauen, die wollen so sein wie auf den Plakaten, nett, freundlich, sauber, und das wirkt sich dann auch nach innen wiederum aus. Wunderbar, das heißt, die Kampagne geht weiter? Bitte? Die Kampagne geht weiter? Ja, so sehen wir im Moment, machen wir ein bisschen deutlich, was war die Umwelt, wir sind ja ein Umweltunternehmen, das, was ich vorhin gesagt habe, was wir aus diesem Stoffschwein machen, und da die Themen nicht ausgehen, werden die Kampagnen auch immer weitergehen und lassen sich überraschen, wird sich ja auch wieder viel dabei sein, was Spaß macht. Gut, wir freuen uns, und Sie alle gucken beim nächsten Orschel in Wünnwagen, ganz sicher ein bisschen mehr, denn da bin ich überzeugt.